Emotionales Essen stoppen. Wie geht das? In diesem Video finden wir raus, was emotionales Essen überhaupt ist, also ob du es hast und was du tun kannst, um das Ganze aufzulösen. Kennst du das? Du hast einen wirklich starken Druck, irgendwas essen zu müssen, vielleicht sogar, obwohl du satt bist. Also du greifst zu etwas zu essen, du schnappst dir die Bonbons, du gehst in die Süßigkeiten-Schokolade, du gehst zum Kühlschrank, also ein bisschen so, als wärst du wie ferngesteuert. Einfach, weil du so einen Drang verspürst oder sogar einen richtigen Zwang zu essen. Vielleicht bist du auch wirklich schon satt, es ist vielleicht sogar nach dem Essen, kann aber auch einfach so im Laufe des Tages passieren, vor allem abends. Und du erlebst, dass du dann immer wieder sündigst, also du isst zu viel. Du hast ein schlechtes Gewissen danach, vielleicht schämst du dich, du fühlst dich einfach nur schlecht. Und obwohl es sich so schlecht anfühlt, kannst du irgendwie einfach nicht damit aufhören. Aber was wäre jetzt, wenn du dich beim Essen stattdessen wirklich frei fühlen könntest und sicher wärst, dass sowas nicht mehr auftreten könnte? Hinter diesem Essverhalten, hinter diesem Essen, diesem ferngesteuerten Essen, steckt oft emotionales Essen. Also Essen aus emotionalen Gründen. Weil wir gefrustet sind, weil wir gestresst sind, weil wir Angst haben. Manchmal auch, weil wir uns freuen. Also wir essen aus allen möglichen Gründen. Wir wollen eigentlich damit aufhören, aber können es einfach nicht lassen. Das ist auch etwas, worunter ich selber sehr lange gelitten habe. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, wie hilflos und vor allem auch beschämend sich sowas anfühlen kann. Das Ganze kannst du aber loswerden, wenn du die Ursachen dahinter verstehst und dann einen neuen Weg findest, das Ganze aufzulösen. Um die Ursache zu finden für dieses Verhalten, ist es wichtig, sich einfach mal ganz genau alle drei Bereiche anzuschauen. Also was körperlich los ist, was im Kopf los ist und was im Alltag, der Situation und in der Umgebung los ist. Und dann kannst du schon direkt einordnen, ist es denn jetzt emotionales Essen oder ist es etwas anderes? Also körperlich, ganz simpel, hast du körperlichen Hunger. Also knurrt dir wirklich der Magen, hast du vielleicht Kopfschmerzen. Da gibt es eine Reihe von Punkten, an denen du erkennst, dass du wirklich körperlich hungrig bist. Vielleicht nimmst du es auch nicht als Hunger wahr, aber wenn du nach dem Essen, also wenn du wirklich eine vernünftige Mahlzeit gegessen hast, darauf geachtet hast, dass alles dabei ist, was nötig ist für eine körperliche Sättigung, wie zum Beispiel Gemüse und Eiweiß oder Fett, und dann trotzdem noch diese Ess-Episoden erlebst, dann weißt du ja schon mal, es kann nicht an körperlichem Hunger liegen. Die einzige Ausnahme hier wäre vielleicht, wenn du wirklich über Wochen und Monate Diät gehalten hast, weil dann staut sich auch so ein gewisser Hunger im Körper auf. Der Körper wehrt sich gegen die Abnahme. Das wäre jetzt nochmal eine Ausnahme. Aber wenn das bei dir nicht der Fall ist, also du jetzt nicht wochenlang mit viel Disziplin abgenommen hast und jetzt gerade eine sättigende Mahlzeit gegessen hast und dann eine halbe Stunde, Stunde später du trotzdem diese Essattacken hast, dann kann es entweder noch etwas sein, was dir angeboten wird oder was rumsteht. Also das heißt, das sind leckere, belohnende Sachen, also die uns wirklich richtig gut schmecken, die wir mögen. Und die werden uns entweder angeboten oder die haben wir überall in der Wohnung oder einem Ort, wo du dich gerade aufheizst, einfach rumliegen. Dann greifst du ja auch zu. Wenn das aber nicht der Fall ist, du vielleicht sogar irgendwo hinfährst, in den Supermarkt, zur Tankstelle und dir dann was holst oder es aus dem Schrank rauskramst, dann ist es ja wirklich etwas, was im Kopf los ist. Das heißt, die Ursache finden wir im Kopf und das ist jetzt vor allem der Umgang mit unseren Bedürfnissen und Gefühlen. Und wenn du das anders lösen kannst, dann sollte der Essdruck auch sofort abfallen. Wenn du das so verstanden hast, dann kannst du auch sofort bei dir bemerken, warum du immer wieder wie ferngesteuert zum Essen greifst. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt die Ursache bei dir? Wenn du diese wahre Ursache jetzt finden kannst, also was da wirklich in deinem Kopf los ist, dann fällt der Essdruck sofort ab. Es sollte sofort leichter sein. Du brauchst dann auch keine Disziplin mehr, um zu widerstehen, weil es halt nichts zu widerstehen gibt. Das heißt, die Abnahme wird dir auch sofort leichter fallen. Für jeden ist es aber immer eine ein bisschen andere Ursache. Das heißt, wenn du rausfinden möchtest, woran es bei dir liegt, dann lass uns sprechen und wir schauen uns genau an, was bei dir los ist. Eine Zeit dafür kannst du dir mit dem Link in der Beschreibung selber aussuchen. Ich bin gespannt, darauf dich kennenzulernen.